Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Freitag, dem 14. Oktober. Ich sage herzlich willkommen und hoffe, Sie hatten bislang eine erfolgreiche Woche. Ob es ein erfolgreicher Wochenabschluss wird, das müssen wir sehen. Die Währungspaare bislang hier zu teilen in enormen Bewegungsimpulsen, die Daily Ranges, insbesondere hier bei den australischen und ozeanischen Währungspaaren vielmehr schon ausgereizt. Wir sehen den Australdollar heute hier sehr, sehr stark. Die Yen-Pairs hingegen auch schon schön mit Momentum, hier mit positivem Momentum wohlbemerkt und auch noch durchaus mit Potenzial. Das lässt mich hier überleiten zum britischen Fund gegenüber dem japanischen Yen, den wir eben hier jetzt mal ein Stück weit näher unter die Lupe nehmen wollen, denn es kann sich hier durchaus eine mögliche Chance auf der Südseite wohlbemerkt ergeben. Denn zum einen haben wir hier in der 52-Wochen-Tendenz erstmal mit 45% positiver Schlusspreise einen leichten negativen Bias für heute. Der Dienstag hier wohlbemerkt der schwächste Wochentag mit nur 37% positiver Schlusspreise. Interessant zu wissen, der Dienstag also während der letzten 52 Handelswochen ganz klar der schwächste Handelstag. Aber dem folgen dann eben der heutige Freitag und im Overall View, da sprechen wir über die letzten 17 Jahre, hat sich hier sogar mit 49% ein leicht negativer Bias eingestellt. Klar ist, dass diese Werte hier gerade mit Blick auf Jahre irgendwo sich matchen. Also hier wird es kaum Werte in Richtung 60% geben, aber ein leichter negativer Abschlag, ein Touch unter 50% ist eben hier zu spüren und in Summe eben auch hier der schwächste Wochentag. Dann kommt noch dazu, dass wir hier von der Volatilität betrachtet den Tag mit den höchsten Ausschlägen haben, statistisch. Hier praktisch in der prozentualen Wochenverteilung in Sachen Volatilität hier mit 24%. Also hier ein Viertel der Wochenvolatilität fällt sozusagen hier auf die, was sage ich hier, ein Viertel, ein Fünftel, fällt hier sozusagen auf den Freitag. Auf den Freitag wohlbemerkt, ganz genau. Genau. Und das ist hier sozusagen der Punkt, wo man sich dann einfach mal die Tatsache oder die Wahrheit vor Augen führen muss und dann feststellt, dass das britische Fund bislang, und da zeige ich Ihnen mal den Metatrader-Chart, sich 71 Pips bewegt hat. Moment, ich hole Ihnen auch das Rainbow-Gesicht sozusagen gleich mal hier hervor. Da sehen wir das Biest, das britische Fund gegenüber dem japanischen Yen hier im 30-Minuten-Chart und jetzt auch mal im 15-Minuten-Chart, da ist der Rainbow nicht ganz so klar. Sie sehen es hier ein Stück weit wishy-washy. Wir sind auch hier noch inmitten der Asia-Range, die sich hier eben knapp um die heutigen bislang vollzogenen 70 Pips bewegt. Wir haben hier noch einen kleinen Dip nach unten gesehen heute Morgen, aber letztlich sind wir hier in Asia-Range. Das heißt ohnehin erst mal abwarten, wohin hier der Ausbruch erfolgt. Wir sahen jetzt eben hier mit dem European Opening ein Momentum nach oben und letztlich keine Entscheidung, aber der Rainbow hier auf M30-H1 und jetzt hier auch H4, also in den größeren Zeitebenen, zeigt eindeutig nach unten. Und insofern wäre in Kombination des schwachen Wochentages hier durchaus ein Ausbruch auf der Südseite zu favorisieren, sprich ein neues Tagestief würde dann auch unterhalb dieses Pivot-Levels führen, was hier bei 1,2675 notiert, neues Tagestief, Einbruch Asia-Range, Rückgang unter dem Pivot-Point, sprich dann zunächst eigentlich hier für einen definitiven Rückschlag in Richtung Vortagestief, das wäre das erste Ziel und sollte hier die Daily Range im Schnitt von sogar mit Blick auf die letzten 14 Tage 192 Pips oder mit Blick auf die letzten 10 Tage 220 Pips eben ausgereizt werden, dann laufen wir sogar noch tiefer als 125,91, dann könnte es in Richtung 125,47 gehen. Man muss natürlich abwarten, was bis dato noch passiert. Wir haben in der Nacht einiges an Nachrichten bekommen und werden auch noch am Nachmittag einiges bekommen. Sie sehen es hier, Japan, Inflationsdaten, auch gleiches aus China, dann ging es hier mit Spanien und der Schweiz weiter. Letztlich hier ab 14.30, da wird heute einiges folgen, inklusive dann der Rede von Yellen, dann hier schon zum späten Abendhandel, aber insbesondere 14.30 hier wieder Inflationsdaten und eine Rede hier vom Fed-Präsidenten aus Boston, dann hier der Konsumklima-Index aus oder von der Uni Michigan 16 Uhr. Also hier ist einiges zu erwarten an Volatilität und das könnte schrägstich dürfte auch die Yen-Pairs beeinflussen. Also der Rainbow sagt hier zumindest Momentum klar down. Soll heißen, wenn hier ein neues Tagestief erfolgt, sieht es mal nicht schlecht aus und das werden wir jetzt hier aber mal an dem Guidance-Shart ein Stück weit näher beleuchten, nochmal um hier klassische technische Analyse zu vollziehen. Lassen wir mal einen kleinen Reload machen. So, da haben wir es. Technisch hier mit einem Widerstandsbereich. Das lässt sich hier sehr schön definieren. Also hier sollte es nicht drüber gehen, würde auch für ein neues Tageshoch sprechen. Wir können auch hier mal die Pivots einzeichnen. So. Auch hier. So, dann haben wir das. Und kann auch hier sozusagen ein aufsteigendes Dreieck interpretieren, was ja grundsätzlich für steigende Preise sprechen würde. Aber natürlich lösen sich solche Formationen nicht zu 100% in diese Richtung auf. Tatsache ist, wenn es ein neues Tagestief geben würde und wir eben dann auch noch dieses untere oder diese untere Aufwärtstrendlinie brechen würden, dann spricht viel dafür, dass der Markt eben weiter abdriftet. Und das wäre sozusagen das für heute favorisierte Szenario. Was ich auch noch habe als kleines Schmankel, ist eine negative Fuzzi-Vektor-Logik. Allerdings hier im Zeitbereich eben von 7 bis 22 Uhr. Da fehlt ein Stück weit die Night Session. Aber es wird auch hier oder wurde hier ein Count identifiziert, der in den letzten 17 Jahren hier mit knapp 61%iger Trefferquote 172 mal auftauchte und zu einem Erwartungswert, der recht deutlich von minus 0,38% führte. Tatsache ist, wir sind schon über das technische markante Tief hochgelaufen, rausgelaufen. Das gibt so ein bisschen zu denken. Sie sehen es ja, wir sind schon bei 127,14. Das eigentliche Hoch läge hier rund 40, 50 Pips tiefer, das statistisch errechnet. Insofern muss man ein Stück weit Vorsicht walten lassen. Aber was hier auch noch dafür spricht für den Fall, dass es nicht nach unten rausgeht. Also hier das britische Fund gegenüber dem Jahr entgegen des Wochentags, entgegen des Biases, hier doch nochmal einen Aufwärtstrieb vollzieht, ist praktisch hier die Momentumregel, beziehungsweise dessen, dass wir hier praktisch den ADX sehen, der hier sozusagen ein Momentum misst, welches, wenn es denn über 60 geht, meistens eine Umkehr einleitet. Wir sehen dies hier, es gab Abwärtsmomentum, hier eine entsprechende steigende Tendenz. Schwupp, wir waren über 60, dann gab es einen Aufwärtstrend. Der war dann auch erschöpft hier, als es wieder über 60 ging. Dann gab es das Abwärtsmomentum, dann ging es hier wieder deutlich über 60. Das war in Anführungszeichen ein Flop. Da kam nicht wirklich Momentum auf, ja. Aber wir laufen jetzt hier im Sinne des Abwärtsmomentums wieder auf eine Überreizung des eigentlichen Schnitts. Und insofern mal Obacht geben sollte es nämlich dazu kommen, dass das Währungspaar eben nicht nach unten abdriftet, sondern eben hier diese obere Widerstandsbarriere auflöst. Hier bei 127,50, dann muss man interpretieren, dass gerade im Intraday-Chart auch durchaus die Gegenseite zu favorisieren ist. Aktuell ist es, wie gesagt, eh ein Münzwurf. Also jetzt hier zu spekulieren, wäre statistisch gesehen in Richtung Süden zu favorisieren. Aber man darf natürlich auch Plan B die Oberseite nicht außer Acht lassen. Und da scheint es sich hier eben auch ganz interessant darzustellen. Denn auch vor dem Hintergrund des Tagesscharts, des Tagesscharts so rum, kann sich, und das war auch mal eine Prognose aus dem JFD-Devisenradar-Webinar, jeden Mittwoch von 15 bis 16 Uhr, dass wir technisch gesehen hier durchaus diese Abwärtstrendlinie, dieses, das hier als sehr markant identifizierbare Widerstandslevel, 129, 50, 130 Yen anlaufen könnten, um dann erst nach unten abzudrehen. Und wenn wir über 127 rausziehen, meine lieben Zuschauer, dann denke ich, ist es sehr wahrscheinlich, dass das britische Fund gegenüber dem japanischen Yen hier temporär doch noch mal nach oben segelt. Dazu abschließend hier die Saisonalität. Kurzfristig gleich seitwärts, aufwärts. Dann aber hier Ende Oktober ein Dip. Das könnte eben dafür sprechen, dass wir hier wirklich noch mal schön nach unten laufen können. Dann werden wir auswerten, wenn es denn geschehen ist, wie es dann hier unten weitergeht. Aber das erst mal zur grundsätzlichen Tendenz. Wie gesagt, Intraday auf jeden Fall interessant. Noch genügend Range-Potenzial vorhanden. Und insofern sage ich danke fürs Einschalten, meine lieben Zuschauer. Wenn Sie mögen, hören wir uns Montag wieder, 9.30 Uhr. Ihr Christian Kemmerer und vorab schönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.